Pippi Lotta, Viktualia, Rolga Dina, Pfefferminza, Ephraims Tochter Langstrumpf. Pippi lebt ohne Eltern, aber mit Affe und Pferd in ihrer Villa Kunterbunt. Und macht, was sie will, hat nie schlechte Laune und unglaubliche Kräfte. Erfunden hat Pippi die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren. Als Geburtsstunde gilt der 10. Geburtstag ihrer Tochter. Denn für sie erschuf Lindgren das kleine, freche Mädchen mit den roten Zöpfen. Die Verlegerin Silke Weitendorf war das erste Kind in Deutschland, das die Geschichte lesen durfte. Die waren so anders als das, was ich bisher erkannte. Sie war ja wirklich diese besondere Person, stark, mutig und dann noch ein Mädchen. Also völlig ungewöhnlich, so etwas, so ein Mädchen kennenzulernen oder von ihr zu lesen. Als Astrid Lindgren das Manuskript das erste Mal einem Verlag anbot, schrieb sie, bitte informieren Sie nicht das Jugendamt. Nicht nur in Schweden, auch in Deutschland kannte aber bald jedes Kind Pippi Langstrumpf. Kaum eine andere Nation hat sich so sehr in diese kleine Naturgewalt verliebt. Pippi ist auf jeden Fall das Mädchen der Kinderliteratur. Eine Kindheit ohne Pippi, finde ich, als Mädchen ist überhaupt nicht denkbar, weil sie einem den Mut gibt, ganz stark zu sein und jede Situation zu meistern und einem ganz viel Mut macht für alles, was da kommt. Und die Kinder? Die finden sie einfach toll. Es ist völlig egal, wann sie ins Bett geht. Und sie hat ein Pferd mit in der Stadt und sie kann das hochheben. Sie hat so zwei Zöpfe und dann hat sie hier so, das will ich mir auch machen. Aber auch am besten wäre es, wenn es zweite, wie es gäbe. In Deutschland feiern viele Buchläden ihren Geburtstag. So wie hier in Berlin-Kreuzberg. Wir verkaufen Pippi Langstrumpf sehr gut und gerne, aber ich denke, es wird noch mehr gelesen als Verkauf, da viele ihre alten Pippi-Ausgaben aufheben und ihren Kindern wieder vorlesen. So haben es wir gemacht und bestimmt ganz viele andere Familien auch. Starke Mädchen, die sind heute genauso wichtig wie vor 75 Jahren. Und so wird uns Pippi Langstrumpf wohl noch lange stark beeindrucken. ... ... ...